Wir sind Fitness Private aus Konstanz am Bodensee und wir setzen das R1-Konzept dort schon seit einiger Zeit um. Angefangen haben wir mit der Ausbildung zum Movement Professional vor einigen Jahren, haben dann den Nutrition Professional angehängt und sind jetzt gerade im Coaching und Resilienz Professional und ich muss sagen, das Konzept ist deutschlandweit einzigartig in unseren Augen, sehr ganzheitlich und das hat uns mega interessiert. Ja ich bin der Flo, ich habe vor ungefähr einem Jahr den ersten Kontakt zum R1 gehabt. Ich selber arbeite als Coach, Personal Trainer und Redner und für mich war der Einstieg in die R1 Academy der Movement Professional und ja es war für mich eine komplett neue Welt, obwohl ich tatsächlich schon fast zehn Jahre in diesem Bereich tätig bin. War schön zu sehen, wie detailliert, wie professionell die Inhalte dort vermittelt werden und das war auch der Grund, warum ich mich dann auch für den CAP entschieden habe, weil ich auch in dem Thema Persönlichkeitsentwicklung seit einigen Jahren aktiv bin und das Ganze wirklich sehr, sehr proffenswert aufgebaut ist, detailliert aufgebaut ist und für mich vor allem sehr elementar war, da es relativ viel Angebot auf dem Bereich Training, Fitness, aber halt auch Persönlichkeitsentwicklung gibt und leider oftmals das Ganze nur an der Oberfläche angekratzt wird. War für mich schön zu sehen, in der R1 Academy wird das Ganze wirklich mit guten praxisnahen Tools vermittelt, die ja gut anwendbar sind und vor allem das Ganze auf einer sehr, sehr professionellen Ebene abgehalten und ja abgerundet wird das Ganze durch Trainer, Coaches, Dozenten, die das Ganze wirklich sehr, sehr unterhaltsam und vor allem auch nachhaltig aufbauen und vermitteln. Die Ausbildung haben unsere Arbeit mit dem Kunden wirklich sehr nachhaltig und auch sehr professionell verändert, so dass unsere Kunden wirklich sehr, sehr stark davon auch profitieren können. Man lernt extrem viel, das Wissen, das vermitteln wird, ist extrem hochwertig und die Atmosphäre, in der dieses Wissen vermittelt wird, ist einzigartig, sehr, sehr spaßig, witzig, mega frei. Man kann sein, wie man ist. Und im R1 ist es immer so, wie ein bisschen auf dem Klassentreffen. Man kennt die Leute nicht wirklich, die da sind, aber man hat immer mega viel Spaß mit den Leuten zusammen. Man kommt mit allen Teilnehmern mega gut in den Flow, man kann sich austauschen, trifft immer Leute, die einfach eine gleiche Auffassung von dem hat, wie man arbeitet. Ich kann es nur empfehlen. Gute Inhalte, hessige Stimmung, schöne Menschen, die auch noch intelligent sind. Traumhafte Kombination.